Ja, dann 1.2. Wie deloadet man und wie lange geht ein Deload? Und ich würde auch sagen, wann deloadet man. Also ich persönlich... Genau, also wie und wann deloadet und wie lange. Genau, also wollte ich noch... Ich fange einfach mal an. Ich persönlich bin jemand... Ich versuche natürlich auf meinen Körper zu hören und das Ganze wirklich gut einzuschätzen. Ich trainiere aber selber auch nie. Wenn ich nicht weitergekommen bin, habe ich das Programm gewechselt. Ist aber auch tricky. Also das heißt, ich wollte es halt einfach natürlich auch ausprobieren. Also bei mir war es nie so im Vordergrund, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt sofort meine 300 Kilo heben. Sondern ich habe halt Juggernaut ausprobiert. Ich habe halt Small Off ausprobiert. Ich habe halt Shaco ausprobiert. Ich habe halt dies ausprobiert, das ausprobiert. Und letzten Endes war halt immer, wenn ich an irgendwo an einem Punkt angekommen bin, wo es dann einfach nicht mehr weitergegangen ist, habe ich was anderes gemacht. Ja. Wo ich auch einhaken muss, ist, wenn ich sage, ich gehe 15% runter. Man sollte vielleicht wissen, dass mein Trainingsplan über vier Wochen jedes Mal variiert hat, was Rap-Zahlen und Satzzahlen angeht. Das heißt, es war nicht wie zum Beispiel Wendler, wo du echt nur 5, 3, 1... Also 5x5 war es, wie ist es, 3x3? 5x1? 5x5? 5x5 plus? Ja. Nächste Woche 3x3, 3x3 plus? Ah ja, genau so was. Nächste Woche 5x3, 1 plus. Genau. Und dann so nicht, sondern das war wirklich halt sehr viel Variation, auch von 6x8 auf, wie siehst du aus dem Kopf gegriffen, 7x5 Wiederholungen, 6x3 Wiederholungen, vielleicht, also vieles durcheinander. Und dann konnte ich es mir halt überlegen, wenn ich da stagniert bin, okay, runter und dann wieder anfangen. Und das war, also den Aspekt, den der Jay gesagt hat, mit Trainingsplanwechsel und so, den finde ich sehr interessant, vor allem für Anfänger, dass sie halt noch viele Sachen auch mal austesten können, was funktioniert für mich, was integriert sich besser in meinen Alltag. Wobei das tricky ist, also das ist schwierig, allgemein, also grundsätzlich für mich war das okay, weil ich vieles ausprobieren wollte, aber die meisten Anfänger vor allen Dingen switchen zu früh. Okay, stopp. Also mindestens 3-4 Monate durchziehen. Also jetzt nicht von, okay, die ersten 3 Wochen, oh nee, nächstes Programm, das meine ich nicht, sondern ich meine, wenn ihr das, also ich gehe auch nicht davon aus, dass ihr hoffentlich nach 3-4 Wochen in dem Programm stagniert, aber wirklich dann durchziehen, von mir aus, wenn ihr nach 2 Monaten stagniert, nochmal ein bisschen tiefer anfangen, nochmal durchgehen, aber das ist eine sehr gute Methode, sage ich mal, um neue Trainingspläne kennenzulernen, wenn man, sage ich mal, nach 3-4 Monaten stagniert und sagt, okay, jetzt hätte ich mal Bock auf was Neues. Das Gute ist halt, dass man da natürlich auch gucken kann, ist man eher so ein Intensitätstyp oder eher so ein Volumentyp. Also gibt ja ein paar Leute, die halt unglaublich, unfassbar krass auf Intensität abgehen und andere wieder unfassbar krass auf Volumen. Und klar hat Brad Schönfeld die Studie daraus gebracht, dass halt sozusagen einfach das Volumen ausschlaggebend ist, solange man über 65% trainiert. Und manche Leute kommen halt mit höheren Intensitäten besser klar und geringerem Volumen und andere haben halt krassere Games bei weniger Intensität, aber höherem Volumen. Ja. Also kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Und die zweite Frage von ihm, sozusagen, der zweite Punkt, woran erkenne ich ein beginnendes Impingement in der Hüfte oder in der Schulter? Sehr geniale Frage. Also Schulter, eigentlich muss man sagen, also zum Beispiel, wenn es so anfängt, plötzlich Sehnen zu springen. Und das, bei mir war das so, bei meinem Impingement, plötzlich haben sie angefangen, so Sehnen zu springen und dann hat es halt immer mal wieder so vorne wehgetan und ich habe halt weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Dein Körper gibt dir ja Signale. Und Hüfte, glaube ich, ähnlich. Wenn du irgendwann so plötzlich aus der Kalten einfach nur eine Luft, also eine Kniebeuge ohne Gewicht machst und Schmerzen in der Leiste hast, dann, glaube ich, kann das auf jeden Fall darauf hindeuten, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und also ein Hüft-Impingement, ich weiß nicht, ob du jetzt auf dieses Cam-Type oder Pinsa-Impingement irgendwie abfährst, aber da sind natürlich, also man merkt das, wenn man halt natürlich eine Kniebeuge macht oder generell und das halt irgendwie auch beim Laufen und Gehen immer irgendwie in der Hüfte wehtut und man generell einen dauerhaften Entzündungsprozess hat, also quasi am laufenden Band irgendwie mit der Schulter Probleme und man muss sich extrem lange aufwärmen und machen, bis man da irgendwie sich schmerzfrei bewegen kann. Und das ist, glaube ich, so die Entstehungsgeschichte. Dein Körper gibt dir schon, ist ja nicht so, man wacht morgens auf und plötzlich hat man ein Pinschment. Da hat man eine ganze Weile lang irgendwelche Warnsignale vom Körper ignoriert, genauso wie ein Achillessehnenabriss. Da hast du schon ganz lange Probleme mit der Warn, mit dem Schienbein, irgendwas und du hast schon Probleme die ganze Zeit und dann irgendwann, pang, aber das ist dann nicht so, oh, auf einmal ist meine Achillessehne gerissen, sondern das kam ja dahin. Und genauso ist es halt auch mit dem Impinchment in der Schulter. Man ignoriert bestimmte Sachen und denkt sich, ah, ist schon nicht so schlimm, ist halt leicht gereizt gerade, mache ich mal weiter und dann irgendwann hat man halt ein ausgefahrenes Impinchment. Ja, ich kann es nur bestätigen, also ich meine, der Körper hat diese Methode Schmerz, um euch eben mitzuteilen, dass es nicht stimmt. Man sagt zwar oft, auf den Schmerz drauf trainieren, rein trainieren, weil so, sag ich immer, Muskelkater oder so eine Scheiße, weiter ballern, nicht drauf hören. Aber letzten Endes bei so Geschichten, wenn ihr das dann auch nach dem Training noch habt, ihr wollt ein Glas aus dem Schrank holen, und merkt, ah, fuck, was ist das denn, ein bisschen viel Brust trainiert, aber nächstes Mal einfach wieder weiter zu machen, das ist so der Punkt, wo man echt am Anfang, vor allem so früh wie möglich, selbst wenn ihr dann mal das Training ein bisschen zurückschrauben müsst, so früh wie möglich, wenn ihr merkt, okay, irgendwas, es tut weh, sofort an der Bewegung arbeiten, sofort gucken, gucken, was ist die Ursache, was kann es sein und, ja, dran arbeiten. Das ist so an sich, das ist so, leider Schmerz erst immer, wenn schon irgendwas nicht mehr richtig läuft, als Signal, aber das ist so mit das Haupt- und einziges Signal, wo ihr wirklich sehen könnt, okay, stopp, jetzt erst mal nicht steigern oder weitermachen, sondern gucken, wo ist das Problem. Ist leider so. Also ich denke, also woran du es ausmachen kannst, ist einfach Schmerz, dass du Entzündungen hast, dass du Schmerzen hast und bei entsprechender Bewegungsmotorik, bei entsprechenden Ausführungen hat man eben oder begünstigt man die Entwicklung eines Impingements, es heißt ja nicht ohne Grund, Syndrom, man kann es nicht so richtig erkennen, klären. Oftmals hilft es, einfach sich ein bisschen zu triggern und zu gucken und wo es halt herkommt, dass man, ja, warum auch immer, schaltet der Körper halt dann irgendwie aus irgendeinem Anlass einen Muskel mehr runter als den anderen und dadurch hast du dann schon eine Schiefstellung, trainierst einfach fröhlich drauf weiter und dann hast du halt irgendwann so diese Reizung, die du dann ignorierst und dann entwickelt sich das immer weiter, bis man halt seine Arme gar nicht mehr schmerzfrei heben kann. Ja. Gut. Drei. Drittens, du hast gefragt, wie geht man vor, wenn man eine neue Übung lernt? Splittet man die auf oder lernt man die am Stück? Das ist glaube ich auch mal wieder nicht so wirklich eindeutig zu beschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel unheimisches Gewicht heben machst, dann lernst du natürlich erstmal die Übung in Teilschritten, weil es eine sehr komplexe Übung ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Bizeps Curl lernt, dann würde ich den nicht unbedingt aufteilen in untere Geschichte und obere Geschichte, sondern dann würde ich irgendwie gleich machen. Das heißt, man kann das nicht so genau sagen, also es macht beides Sinn, die Übung am Stück zu lernen und die Übung aufgesplittet zu üben. Ich würde es eigentlich fast so sagen, je komplexer eine Übung ist, desto besser lernt man das in Teilschritten. Ja. Zum Beispiel auch im Rückwärtssalto. Ja. Da lernst du vielleicht erstmal abspringen. Dann lernst du vielleicht die Beine schnell genug ranzuheben. Also wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich nicht mal an die Stange hängen kann und die Knie bis hoch, also bis du den Ellenbogen hoch dich einrunden kannst, dann wirst du Schwierigkeiten haben beim Rückwärtssalto zu springen und die Knie ruckartig anziehen zu können überhaupt. Das heißt, Teilübungen machen Sinn, je komplexer ein Bewegungsablauf ist. Ja, würde ich auch so sagen. Und wenn wir jetzt hier im Fitnessbereich sind, kann man ja vielleicht auch direkt eine Aufteilung machen. Ich meine, du hast gerade Backflip angesprochen, das ist ja jetzt, sag ich mal, im Fitnessstudio nicht so die Hauptübung. Aber ich denke echt, dass man alle Übungen bis, also, bis vor Spunkdrücken, Overhead Press, Kniebeugen mit Kreuzheben sowieso in einer Übung lernen kann. Bei den Vieren kann man, bis auf, bei Overhead Press kann man auch in einem direkt lernen. Bankdrücken auch und beim Kreuzheben, Kniebeugen, beim Kniebeugen auch. Beim Kreuzheben würde es vielleicht noch Sinn machen, aufgrund von Mobility etc., dass man es vielleicht in zwei Teilübungen macht und was labere ich. Bei Kniebeugen aber auch. Echt? Was labere ich? Kniebeugen, ja gut, ich habe es, ja, Kniebeugen, bei denen würde es vielleicht echt noch Sinn machen, beim Bankdrücken, Teilübungen. Na ja, Triceps Extensions. Ja stimmt, wenn man es so macht, kann man natürlich, je nachdem, wo man natürlich auch, na ne, er hat ja gesagt, wenn man eine neue Übung lernt und nicht, wenn man irgendwo stagniert wo und wenn man, also wenn du eine neue Übung lernst, würde ich sagen, je komplexer die Übung ist, desto mehr, mehr macht es auch Sinn, in Teilen zu arbeiten. Aber wenn du halt einfache Bewegungsausführung hast, zum Beispiel auch Bankdrücken, ist relativ simpel, wenn man ein gutes Körpergefühl hat. Wenn man überhaupt gar kein Körpergefühl hat und gar nicht weiß, wie kriege ich meine Schulterbitte hinten zusammen, wie kriege ich ein Net-Engagement hin, wie kann ich das so machen, dann muss man da vielleicht auch mal mit Teilschritten arbeiten. Das ist zum Beispiel, das Setup, eine Brücke richtig hinzubekommen. Das wäre jetzt vielleicht der erste Schritt. Das Setup, ein Gunniband zu nehmen und es runter zu ziehen und dann die Stange zu brechen und so Sachen. Dann, also, jetzt wenn ich zurückdenke, tatsächlich Bankdrücken, habe ich in Teilschritten gelernt. Ich habe mir erst mal angeguckt, wie geht ein Setup, wie Schulter, what the fuck, wo ist denn, so? Das ist auch ein krass, unnatürlicher Bewegungsablauf, ist, die Schulterblätter hinten zu lassen, währenddessen, während man nach vorne drückt. Das muss man auch erst mal lernen, weil normalerweise ist ja ein Liegestütz auch mit rausschieben, das heißt, man macht da schon eine sehr unnatürliche Bewegung und das muss man natürlich schon auch lernen. Tatsächlich und wenn wir uns das Kniebeuge auch anschauen, dann sollte man natürlich auch erst mal lernen, dass man eine gewisse Spannung im Rumpf, im Bauchbereich hat, dass man die Stange auch vernünftig greift, dass man das runter bricht, okay, hier muss ich greifen, da liegt sie, wo lege ich die Stange ab? und wenn man das jetzt mal so versimpelt, kann man natürlich schon sagen, okay, man lernt das in Teilschritt, man guckt erst mal Setup, dann Ausführung, Atmung ist auch immer ganz wichtig bei diesen schwierigeren Übungen und beim Kreuzheben hat man das natürlich auch, wie greife ich, wie stehe ich, also wie weit liegt die Stange weg, etc. und da macht es halt dann tatsächlich Sinn, das Ganze nicht unbedingt, also ich sage nicht Teilübungen zu lernen, aber sich Schritt für Schritt an diese Übungen ranzutasten und dann wenn es an Push-Press, Snatch, Clean & Jerk, etc. geht, dann auch Teilübungen, zum Großteil, ja. Alright, kommen wir zur letzten Frage, wie und wann muss ich das Volumen der Diät anpassen? Puh, ich denke an den gleichen Faktoren kannst du es festmachen, wie wir eigentlich gerade eben genannt haben fast, fürs, ich sage mal, Übertraining, beziehungsweise, wenn man dann, man fühlt sich natürlich in der Diät generell, ich sage mal, ein bisschen schlapper, vielleicht, ja, aber wenn du merkst, es wird in der Diät immer schlimmer und du kommst an den Punkt, okay, ich kann mein Training echt nicht mehr ausführen oder ich fühle mich zu schlapp, ich, und dann würde ich eventuell echt mal zwei, drei Sätze weniger machen, je nachdem, wie viel man macht und gucken, die Intensität sollte natürlich, das sei vielleicht noch gesagt, in der Diät relativ hoch bleiben, ja, so dass man quasi, ja, die Gains, die man hat, gemacht hat, nicht auch noch verliert in der Diät, viele denken ja, in der Diät, okay, dann gut, dann training auch ein bisschen runter, ne, gerade in der Diät muss die Intensität so hoch wie möglich bleiben, ohne sich zu verletzen, das hatten wir gerade eben auch schon und, ja, wie würdest du sagen, Volumen? Wie und wann das Volumen anpassen in der Diät, also, erstmal muss man ja auch sagen, dass, da hat dieser Baumeister aus der Kaliforniener University sehr viel zu gemacht, was Willpower angeht, das heißt, dass man sozusagen in einer Diät schwächer ist, hat nichts damit zu tun, dass man tatsächlich weniger Leistung erbringen kann, sondern, dass man mental ausgelaugt ist und deshalb es nicht mehr schafft, so aggressiv ins Training zu gehen, weil man sich schon die ganze Zeit, ähm, die, die Willpower sozusagen schon daran zugrunde geht, dass man den Kuchen ablehnt, dass man die, die Schokoladenriegel ablehnt, dass man die Kekse ablehnt, dass man kein Burger isst, was weiß ich was, das erfordert schon extrem viel Willenskraft und die ist sozusagen dann schon erschöpft und Baumeister hat sozusagen schon rausgefunden, dass das ein, dass das eben wie so ein Muskel auch ist, wenn der erschöpft ist, ist der erschöpft, dann muss sich das erstmal wieder aufladen und das, wenn man halt den ganzen Tag nur an Essen denkt, dann ist halt die Willenskraft weg und dann hat man halt im Training vorgegaukelt, weniger Kraft, aber eigentlich hat man gar keinen, gar nicht weniger Kraft, deswegen würde ich auch sagen, in der Diät muss man gar nicht unbedingt das Volumen und die Intensität extrem anpassen. Wie hieß es? Dich? Gerade hat die Aufnahmen gestoppt, Leute. Du warst gerade dabei zu sagen, dass man, oder ich, warst du drauf? Du wolltest auf jeden Fall gerade sagen, dass man nicht so extrem untergehen muss mit dem Volumen und der Intensität und ich wollte sogar noch anmerken, also ich wollte gerade anmerken, dass man nicht von vornherein direkt sagen muss, okay, ich mache jetzt die Ad, weniger. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Da fühlt man sich schon sowieso direkt, auch vielleicht aus Erfahrung von mir heraus, damals, als ich das Small Off gemacht habe und an sich die krassesten Kraftgangs meines Lebens und er ist auf Stoff etc. Ich war in einem Defizit letztendlich. Also ich habe mich auf den Wettkampf vorbereitet und habe von, ich weiß nicht, 95 war es da, auf 89 Kilo in diesen drei, vier Monaten auch ein bisschen vor Small Off noch abgenommen und habe trotzdem gesagt, die Ad, what the fuck, ich mache trotzdem jetzt Small Off. So, und ich habe mich auch trotzdem gesteigert. Klar, ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe auch geguckt, dass alle Faktoren, die ich in der Hand hatte, gestimmt haben, aber das ist einfach so, wo ich sagen kann, wenn ich eine Diät mache, dann verändere ich zum Beispiel mein Training nicht. Also das ist halt nur so mein Ding und ich würde auch, was ich gerade gesagt habe, nicht von Anfang an mit der Einstellung reingehen, ich mache Diät, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie meine Kraft behalten kann. Nein, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Kraft steigern kann. Es geht immer noch weiter. Wenn da ein Weg ist, sich zu steigern, dann sollte man den auch nutzen. Der Vorteil, den wir haben beim Powerlifting, ist eben, dass wir halt Bewegungen trainieren, Crossfit, Weightlifting, Bewegungen, wir trainieren jetzt, bauen jetzt nicht den Muskel auf die ganze Zeit. Wir haben ein paar mehr Faktoren als Bodybuilding und da sollte man versuchen, dass man wenigstens die Zielsetzung immer noch in die richtige Richtung hält, vom Kopf her. Das war ein guter Punkt auf jeden Fall, dass man nicht von Anfang an, aber du hast ja auch geschrieben, wann und, also wie und wann man das Volumen in der Diät anpassen muss. Klar, also wenn du irgendwann halt vom Volumen her extrem runtergehst, wenn du von den Kalorien her in einem massiven Defizit bist, dann macht es tatsächlich Sinn, das Volumen etwas runterzufahren, damit du halt nicht einfach sinnlos deine Muskulatur verbrennst. Aber, wenn du die Intensität relativ hoch hältst, hast du eher ein geringeres Volumen, das heißt, im Prinzip könnte man eigentlich sagen, dass du in der Diät mit der Intensität nach oben gehst und das Volumen halt eher mittig ansiedelst, also kein hohes Volumen, aber auch nicht zu wenig Volumen und dann halt damit sozusagen mehr arbeitest, um sozusagen ja nicht deine Muskulatur zu verbrennen und wann man damit anfängt, wenn das Defizit entsprechend hoch ist. Und wann ist das so hoch? Weiß ich nicht. Es ist schwierig, also es ist halt wirklich, je nachdem wie ihr euch fühlt, auch je nachdem wie anspruchsvoll auch euer Alltag ist, wenn ihr natürlich, weiß ich nicht, auf dem Bau arbeitet, dann werdet ihr so ein Defizit sicherlich noch mal mehr merken als ein Schüler, der einfach ein bisschen, weiß ich nicht was, nur rumsitzt und im Defizit ist. Deswegen, das ist relativ individuell. Rahmenbedingungen bleiben allerdings gleichen. Wenn man Intensität erhöht, Formen und alles muss immer noch stimmen, top sein. Und dann guckt einfach, dass ihr so viel aus euch rausholt, wie noch geht und dass ihr vom Kopf auch in die richtige Richtung geht und dann, ja, gucken. Ja. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sind wir schon zu Ende. Ja. Sind wir? Alles klar. Auf welchem Kanal sind wir gerade? Auf deinem. Auf meinem sind wir gerade. Aber du hast bisher ja alle ab, 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 ab. Hab ich das gestartet? Ne, ich hab gestartet. Du hast gestartet? Ja. Dann sind wir jetzt auf meinem Kanal. Das heißt, ich hoffe euch hat das Video, oder wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Konnt ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr mehr sehen wollt, checkt die anderen Videos ab, checkt Jays Kanal ab. Warum mach ich eigentlich immer alle Abmoderationen? Das hab ich mich auch gefahren. Das kann doch nicht funktionieren. Das stimmt. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Cheers. Peace. Peace. Okay, ich hab sich echt eines abmoderiert. Oh, what the fuck? Irgendwas stimmt nicht. Wir sehen uns im nächsten Video.